So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild. Vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier. Kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann zeiget ihr diesen Disclaimer auch los. Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Sonst sollst du das wegen so einer scheiße Einknick oder anderes Fußball spielen. Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn, wie du solche FMI-Top5s. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und vor allem so Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro, 3 zu 2, 92. Minute. Gonzalo, es bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat aber auch zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne. Was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und halb neunsten zum dieswöchigen Podcast. Es ist diesmal eigentlich kein richtiger Review- und Preview-Podcast, weil wir das Spiel gegen Hoffenheim ja erst nächste Woche haben. Ist das hier eigentlich mehr oder minder nur der Review-Podcast zum Frankfurtspiel. Ja, 2-2 gespielt. Notentschieden. Das sich irgendwie so ein bisschen komisch anfühlt, weil man sich einfach nicht, oder ich mir nicht klar sein kann, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Also vor dem Spiel wäre ich mit dem Unterschieden wahrscheinlich zufrieden gewesen gegen Frankfurt. Das ist auch keine dahergelaufene Truppe. Aber wenn du halt irgendwann 2-0 führst, dann kannst du das schon auch gerne einfach runter verteidigen oder einfach runterspielen, das Ding gewinnen. Aber, hey, wir sind die junge Mannschaft. Das hat auch was mit Entwicklungsprozess zu tun. Also kein Vorwurf oder so. Jetzt kein krass großer Vorwurf. Klar, auch dieses Ding von, wir sind die junge Mannschaft und die Geschichte da, die hilft dir gegen den Abstieg auch nichts. Das wissen wir auch alle, das hilft dir gegen den Abstieg auch nichts. Aber, ja, Aufstellung war ja mehr oder minder so zu erwarten. Das war ja, glaube ich, fast 1-2-1 die gleiche wie noch auf Schalke. Nur, dass wir mal Getuka von Beginn an waren und González, glaube ich. Dann sowas, glaube ich, genau die gleiche Aufstellung. Bei Frankfurt, was sie in der Halbzeit noch geändert haben, was sie auch, ich sag mal, Hätten sie es vom Beginn an so gespielt, hätten wir größere Probleme gehabt in der ersten Halbzeit oder generell über das ganze Spiel. Hatten wir in der zweiten Hälfte dann gesehen. Super und Turiel über die Flügel ist schon eine spannende Idee gewesen. Oder halt quasi links Mittelfeld und rechts Mittelfeld zu spielen. Wurde in der Halbzeit dann direkt getauscht. Junis rein und Barkok rein und zack lief es auf einmal. Also ich weiß nicht, warum der Herr Hütter so defensiv gewählt hat zu Beginn. Irgendwas dabei wird es sich ja schon gedacht haben, aber es war halt eher Quatsch. Wenn man sich das am Ende anguckt, war es halt eher Quatsch, so reinzugehen in das Spiel. Ja, Spielverlauf. Erste Halbzeit extrem chillig, also extrem gut von uns. Klar, auch Frankfurt hat seine Chancen, auch klar. Aber keine krass großen. Wir kriegen einen Elfmeter geschenkt quasi. Also nicht geschenkt im Sinne von der Schiri hatten wir uns geschenkt, sondern geschenkt im Sinne von der Frankfurter war einfach saudumm unterwegs. Klaas Klara Elfock und zwar das machten wir immer mit seinem komischen bisschen nach vorne schieben und dann reinschieben Ding. Sein Geschlittere da in Richtung Elfmeterpunkt, in Richtung Elfmeter. Ja, dann noch ein schöner weiterer Pass von Gonzalez auf Castro. Kurz vor der Halbzeit mehr oder minder. Das waren das 37. Minute. Macht nur rein 2-0 und eigentlich war es wirklich relativ ungefähr das 2-0. Wir hatten jetzt auch neben den Sachen nicht die Riesenchancen, wenn ich es richtig im Kopf habe in der ersten Halbzeit, oder? Muss ich gerade nochmal spontan überlegen. Aber ich glaube, wir hatten da jetzt nicht so die übermenschlich großen Chancen in der ersten Halbzeit. Ich kann mal eben kurz einen Blick in den Ticker werfen. Während ich hier wieder für euch die Tabs hier richtig mache, damit ich hier alles offen habe oder alles bereit habe, was euch auch interessieren könnte. Ja, gut, wir hatten halt so ein paar Aktionen, wo wir krassen Überzahl waren, was du einfach besser hättest ausspielen können und müssen vielleicht auch. Aber es ist eben auch noch der Prozess, den man halt noch gehen muss. Der letzte Pass, der richtige Instinkt. Ja, also erste Halbzeit echt vollkommen in Ordnung. Eigentlich von Chancen her relativ ausgeglichen, sogar wie das ganze Spiel auch. Wo der Frankfurter Club am Ende sogar noch ein bisschen Übergewicht hatte nach der zweiten Halbzeit. Aber gehst du mit 2 Minuten in die Pause und bist hoch zufrieden. So einfach ist es. Und dann zweite Halbzeit. Der Wechsel hat jetzt eine riesen Chance nach einem schönen Freistoß-Chip-Ding auf Gonzalez. Der muss man eigentlich machen. Kann, muss, soll, machen. Wie auch immer. Das wäre es 3-0 gewesen. Das wäre vermutlich Game Over gewesen. Eine Minute später klärt, oder eine Minute oder sowas ein bisschen später klärt, Stenzel einfach auf der Linie, nachdem die Frankfurt einen guten Angriff hatten. Und wir dann in der Abwehr ein bisschen lost waren. Nochmal vier, fünf Minuten später danach. Die Ecke, Klimovic, Kopfball, Übertrab und hinten auf die Latte oben. Und zurück ins Spiel. Also wir hätten das 3-0 schon einfach zumachen können und vielleicht auch sollen und müssen. Auf jeden Fall sollen. Nur die Frage, wie dringend müssen oder wie klar die Torschossen waren. Aber die Möglichkeiten waren zu 100% da dafür, das Ding mal früher abzuschließen. Ja, und dann fängt Frankfurt an. Dann fängt Frankfurt an. Dann lassen wir uns komplett hinten reindrücken aus dem Nichts quasi. Offensiv tragen. Barcourt auch ein gutes Spiel gemacht. Diese wieder gegen uns. Hat er, glaube ich, schon gegen Bremen richtig gutes Spiel gemacht, als er reinkam. Ja, schön gespielt. 2-1 Frankfurt. Frankfurt, danach drückt Frankfurt ums Verrecken. Drückt, drückt, drückt. Und dann kriegt er auf 75. Ecke Kopfball Abraham drin. Das Tor vorhin war von Silva. Und dann hattest du sogar, weil du gefühlt gar keine Entlastung hattest, hattest du sogar noch Glück, dass du oder fast sogar die Angst, dass du es 3-2 noch fängst. Haben wir zum Glück nicht getan. Hat noch eine kleine Chance durch Koulibaly. Frankfurt noch ein bisschen was nach vorne. Der Kostic-Freistoß und auch Kalajdzic dann von uns noch mit einem Fernschuss. Na, am Ende des Tages ist es sehr, sehr schade, dass du einen 2-0 noch drehen lässt auf ein 2-2. Ist aber am Ende des Tages gegen Frankfurt in Ordnung. Und nach der zweiten Halbzeit hättest du halt tatsächlich auch noch verlieren können. Von dem her ist das ein leistungsgerechtes Unentschieden, denke ich. Ich muss mal kurz hier gucken auf die Spieldaten. Spielnode bekommt eine 2, war, glaube ich, ein interessantes Spiel auch für den neutralen Zuschauer. Ganz heiß mit einer 2, bestes Spiel des Spiels. Der hat schon ordentlich Wind gemacht da vorne drin. Stimmt, da kann man eigentlich auch direkt mal gucken, wer mit dem Team so besonders gefallen hat. Gut, Endo, Mangala, Mittelfeld sind immer stabil. Suess hatte gar kein verkehrtes Spiel. Die Abwehr war in Sicht auch nicht verkehrt. Auch ein Karas war nicht defensiv. Aber der hatte halt wirklich diese paar Schnitzer drin. Also es ist, glaube ich, wirklich nicht verkehrt. Wurde auch ausgewechselt. Hat eine 5 bekommen hier beim Kicker. Kam Anton rein. Wenn er mal vor Panis zurück ist, Anton fest zurück ist, dann ist die Abwehr, glaube ich, schon nochmal einen Ticken besser als aktuell. Weil Karas, ruhig gesagt, ist nicht schlecht. Der kann auch schon gut abräumen da hinten. Aber es war halt der, der gefühlt, glaube ich, ein, zwei, auf jeden Fall einen dicken Schnitzer drin hatte und einen Fehlpass aus der Hölle gespielt hat. Und da, keine Ahnung. Der ist jetzt ja, keine Ahnung, fehleranfällig von sich selber aus. Silas war jetzt, ja, ging so, war jetzt nicht sein Spiel. Ähm, Salas vorne noch. Wie gesagt, das Spiel ist auch vom Kicker. Hat mir auch gut gefallen. Shire bekommt eine 4. Ja, ähm, da, keine Ahnung. Ist mir jetzt nicht groß aufgefallen, dass der Shire kacke oder krass gut gewesen wäre. Ähm, 40, 60% Ballbesitz für Frankfurt. 10 zu 8 Ecken. Äh, 10 zu 8 Chancen für Frankfurt und 10 zu 8 Ecken für uns. So rum. Also, wie gesagt, 2 zu 2 geht am Ende in Ordnung. Ist für uns nur deswegen schade, weil es halt wieder kein Sieg ist. Und weil es halt einfach nach einer 2-0-Führung war. Die du halt einfach ins Ziel bringen kannst. Und eigentlich auch solltest irgendwie. Und damit, 8er Platz. 10 Punkte aus jedem Spielen. Hätte, glaube ich, für das Saison so ziemlich jeder unterschrieben. Auch mit den Leistungen. Geht das vollkommen in Ordnung für das Anfangsprogramm auch. Ähm, ja. Restkonkurrenz. Bielefeld, 5-0 verloren bei Union. Richtig aufs Fressbrett bekommen. Freiburg rutscht auch darunter mit rein. Also, wie gesagt, wir sind gerade 8er. Also, die Teams, über die ich jetzt hier vor allem spreche, in Sachen Konkurrenz und Abschiedskampf, sind tabellarisch alles unter uns. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir auf 8, 9, 10 bleiben oder sowas. Wäre natürlich extrem geil. Aber ich gehe halt immer, ich gucke immer unten in Richtung 14, 15, 16, 17, 18. So in etwa, ne. Köln spielt 1-1 bei Bremen. Das war, glaube ich, für Bremen eher schade als für Köln. Freiburg verliert in Leipzig. Was zu erwarten war Mainz und Schalke. Der Krampenkick da irgendwie, oder halt der El Kackico quasi von diesem Jahr gesehen ist es aber gegen 2-2 aus. Hilft auch keinem wirklich weiter. Augsburg fiel gegen Berlin. Ja. Sonst geht es eigentlich keine Spiele, die ganz nach unten was angehen. Wir machen mal ein paar Twitter-Kommentare ein. Der Vogt hat hier geschrieben, hat hier ein Video gemacht aus dem Stadion vor dem Spiel, dass ihr uns unfassbar fehlt. Wisst ihr, in diesen schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten, damit wir bald wieder gemeinsam hier sein können. Haltet euch an die Regeln und bleibt gesund. Ich bin hier stellvertretend für euch alle. Auf geht's VfB. Kann man weiterhin einfach nur zufrieden sein, was wir für einen Präsidenten haben. Hier merke ich gerade, kann ich das auch noch kurz aufrufen für gleich. Perfekt. Habe ich das Ding hier nämlich auch noch drin? So. Hier. FC Playfair. Woher ja da auch der Vogt kam. Klares Statement der VfB-Fans zum Thema TV-Gelderverteilung. TV-Gelder endlich fair verteilen. Hing in der leeren, oder vor, in der leeren Kurve quasi. Ja. Auch sehr, sehr schade und einfach sehr, sehr, ne. Stimmt halt, ne. Das ist Real Talk. Der vielleicht beste VfB der letzten Jahre. Auf uns neben Platz. Auf uns neben Platz, okay, ist ein bisschen komisch. Und wir sitzen zu Hause und schauen dabei zu. Stellt euch mal vor, was los wäre, wenn 60.000 Zuschauer diese Jungs anpeitschen würden. Ja. So ist es halt. Da fällt mir auch sogar der Stift runter. So ist es halt. Es ist so unsagbar schade einfach. Dieser Mannschaft hätte es verdient, vor vollem Rängen zu spielen tatsächlich mal. Hätte unseren Support verdient aktuell. Und wir hätten es auch verdient, wenn wir schon mal wieder gute Leistungen sehen und Bock auf den Verein haben, das richtig ausleben zu können. Aber so ist es halt gerade. Es ist ja zumindest jetzt mal, da packe ich jetzt kein Artikel dazu rein. Habt ihr ja eh sowieso wahrscheinlich alle mitbekommen. Hier quasi einen Impfstoff, ja, 90% wirksam und irgendwie so halb auf dem Weg und sowas. Also keine Ahnung, wann der kommt und wie das jetzt aussieht und so. Aber zumindest hast du da mal eine Meldung zu. Bielefeld hat auch keinen Bock mehr auf diese vom VfB-dominierte Bundesliga. Schon krass 5-0 aufs Maul bekommen. Wo steht Bielefeld jetzt eigentlich gerade aktuell? Ja, 15, ne? 4 Punkte, ne? Das sieht auch nicht stark aus. Das sieht auch nicht stark aus, bis er der Saisonstart von Bielefeld. Dann hier. Also was Matarazzo mit dem VfB gemacht hat, ist beeindruckend. Kein Vergleich zum letzten Jahr mit dem selben Personal. Jupp. Dann hier. Das muss doch das 3-0 sein. Nico nach dem Freistoß. Tu ich wieder raus, weil ich habe eh schon angesprochen. Aber das hätte eigentlich das Spiel entschieden wahrscheinlich schon. Hier junge Mannschaft heißt auch, dass man ein Spiel noch so sehr kontrollieren kann. Am Ende wird abgerechnet. Also ja, war sehr, sehr schade. Hier auch wirklich instabil hätte ich nicht gedacht, dass die nach einer 2-0-Führung noch so in Steuerung kommen. Völlig unnötig. Hier bemerkenswert, wie unterschiedlich das Niveau von zwei Bundesligaspielen sein kann. Keller-Duell Mainz-Schalke einfach nur schlecht. Technisch, spielerisch, taktisch. VfB-Frankfurter gegen richtig schön. Schnell, individuell stark. VfB als Aufsteiger. Drei Ligen besser und drei Fall Schalke und Mainz. Hier das Ding. Mit Köln konnte ich leben. Also immer die Ergebnisse und Spiele. Mit Köln konnte ich leben. Schalke hat mich genervt. Aber das heute ist so unfassbar nervig. Ja, da auch mein persönlicher Kommentar dazu quasi. Es ist alles in Ordnung. Aber ich habe die leichte Angst, die leichte Furcht, dass man vielleicht gerade diesen drei Spielen, Köln zu Hause, wo ich noch am ehesten mit d'accord gehe, weil da, keine Ahnung, nicht viel lief und wir uns ja damit abgefunden haben, von meinem Gefühl her, dass das Ding hier 1-2-1 ausgeht. Schalke, sehr schade. Da hättest du echt noch das 2-1 machen können, da warst du voll dabei. Und Frankfurt führst du 2-0 und kannst das Ding halt echt einfach nach Hause spielen. Ich habe so ein bisschen die Furcht, hoffe ich nicht, dass es so wird, dass man halt dann zum Beispiel solchen Spielen am Ende der Saison, wenn abgerechnet wird, 1 Euro, 2 Euro ins Frasenschwein, dass man diesen Spielen nicht hinterherweint. Das sind genau die Punkte, wo man am Ende der Saison bei Spieltag 30 denkt und man sieht, geil, super, müssen wir gegen Bayern und Dortmund und sowas noch gewinnen oder so, dann müssen wir Punkte holen, super. Hätten wir mal diese Spiele am Anfang der Saison oder im Verlauf der Saison gewonnen, die du hättest gewinnen können oder müssen. Und da habe ich so ein bisschen Angst, so ein bisschen Furcht jetzt schon im Vorhinein, weil man kennt es einfach vom VfB, dass man vielleicht diesen Spielen hinterherweint. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Hier 10 von 40, also Punkten. Das erste Viertel zum Klassenhalt ist geschafft. Starke erste Halbzeit, schwammige zweite Halbzeit. Mit etwas Glück werden es 3, mit etwas Pech 0 Punkte. Schade, aber mal wieder was gelernt und wieder Spaß gehabt. Dazu mitgefiebert, tolles Team. Fasst eigentlich ganz gut zusammen. Hier auch 10 von 40 Punkten nach 7 Spielen ist völlig okay. Aber es wären relativ leicht sogar 16 von 40 möglich gewesen. Das nervt dann schon hart. Das spricht ja wohl an, dass man, keine Ahnung, dann halt Köln verliert, Schalke gewinnt und Frankfurt gewinnt oder sowas. Okay, war mehr drin, aber ein Punkt geht in Ordnung. Wir holen die 3 Punkte auswärts im Greichgau. Ja, bin immer gespannt, was da in, ich meine, jetzt ist ja schon nächste Woche, wir haben jetzt ja Mittwoch, also nächste Woche in Hoffenheim so geht. Und danach Heimspiel gegen die Bayern. Erster Heimsieg, bin ich dabei. Hier 10 von 40 Punkten, wieder 25% vom Saisonziel bei 20,6% der Saison, die bisher gelaufen ist. Also halten wir uns noch voll im Schnitt richtig fancy. Sie haben wirklich jemanden einen Twitter-Account, wo ja nach jedem Spieltag die Prozentzahlen und sowas eingetragen werden. Aber bisher sind wir noch auf dem Weg zu einem obligatorischen 40-Punkten-Klassenerhalt, die du eigentlich auch, das müsste man auch mal genau nachgucken, aber ich glaube, die brauchst du und gar nicht mehr unbedingt, die 40. Also das reichen wirklich schon oft. Bei wie vielen Punkten hatten wir auf dem Relegationsplatz, dass wir abgestiegen sind? Waren es 28, wenn ich es richtig im Kopf habe? Also du brauchst ja wirklich, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30 und 40 Punkten. Und vor allem, wenn du gerade guckst, dass hier Schalke, Mainz und so so dermaßen beschissen gestartet sind, wenn man beiden nicht unbedingt weiß, wann die zur Hölle mal gewinnen sollen, dann könnte diese Saison wieder in Richtung 30, 31, 33 Punkte gehen, dass dir das schon fast auf Platz 15 reicht. Aber wir werden mal sehen, wie es aussieht. Hier 7 Punkte vom Relegationsplatz, darauf kommt es an, auch wichtig. Dann sind noch ein paar allgemeinere News. Wo es wie gesagt, März zu Hoffenheim und sowas, dann nächste Woche im zweiten Podcast quasi, in der richtigen Hoffenheim-Woche, sag ich jetzt mal, in der richtigen Spieltags-Woche, dann halt auch wieder ein paar News, die bis dahin noch reinflattern. Hier wieder Newsstand, ist heute Mittwoch, 11.11 Uhr, bis 13 Uhr, bis 12.30 Uhr, bis 13 Uhr rum. Ähm, genau, und wie gesagt, alle Links, alle Quellen, bla 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 in der Beschreibung. Am Freitag den 13. bestreitet der VfB anscheinend ein Testspiel gegen Heidenheim. Ich glaube, das ist anscheinend, kann man schon wegnehmen. Ich glaube, die spielen es auf jeden Fall ganz sicher. Freitag den 13., also diesen Freitag. Ja, hoffen wir mal, dass das Datum jetzt nicht irgendwie uns reinkackt, was Verletzungen und sowas angeht. Dann, sehr interessant, Sonntag war Pokalauslosung. Der VfB in der zweiten Runde des DFB-Pokals Heimrecht und empfängt den SC Freiburg. Gespielt wird am 22. und 23. Dezember. Die zeitgenaue Ansetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Erstmal krasse Ansetzung, 22. oder 23. Dezember. Aber gut, ich glaube, spät Dezember war es bisher im Pokal schon immer. Aber trotzdem, zockst du da irgendwie einen Tag vor Weihnachten. Hat irgendwie was, ist aber irgendwie auch ein bisschen eng. Keine Ahnung, warum ich das so komisch finde, aber irgendwie, das klingt so komisch. Ein Tag vor Weihnachten, aber die in England würden einen auslachen. Die spielen ja gefühlt auch an Weihnachten. Oder das heißt gefühlt, die spielen, glaube ich, auch, haben schon an Weihnachten gespielt. Irgendwann mittags um 5 Uhr. Also ganz wilde Nummer. Da muss man halt auch wieder sagen, das ist so eine unfassbare Verarsche. Da wartest du Jahre. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann gezeigt. Ich glaube, das letzte Heimspiel im Pokal war gegen Dortmund. Das müsste 2016 gewesen sein. Du wartest also seit 4 Jahren auf ein Pokalheimspiel und bekommst es dann, du bekommst das Pokalheimspiel dann, auch noch gegen Gegner wie Freiburg. Hier Revanche für das erste Spiel dieses Saison, was wir verloren haben, was wir eigentlich fast sogar hätten, zumindest mal unentschieden, aber auf jeden Fall hätten auch gewinnen können. Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen. 100%. Da ist ein bisschen Revanche über, auch so ein bisschen, ja, so Derby-mäßig, ne, will ja auch keiner hören, aber ist ja irgendwie so ein bisschen Derby-mäßig, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch schlagbar. Dann hast du nach fucking 4 Jahren das erste Mal wieder ein, oder mehr als 4 Jahren, das war irgendwann damals im März oder Februar oder sowas, also seit 4,5 Jahren hast du wieder ein Pokalheimrecht, Pokalheimrecht, Pokalheimspiel gegen einen Gegner, der schlagbar ist in der Situation, wo du gut ein Fußball spielst. Einen Tag oder zwei vor Weihnachten in richtig geiler Stimmung halt, ne, ich weiß nicht, wie ist es ja jetzt mit Corona und sowas, aber das lassen wir mal außen vor. Flutlicht, volle Pütte, das wäre so fucking geil und dann bekommst du es in einer Zeit wie Corona, wo du fucking Geisterspiele hast. Das ist doch so eine Verarsche. Es ist so eine Verarsche. Aber gut, ähm, vielleicht wer weiß, ne, Impfstoff und Co, vielleicht haben wir ja, also nicht im Dezember oder so, aber vielleicht haben wir es ja irgendwann nächstes Jahr im Verlauf, dass man vielleicht die letzten, was weiß ich, letzten drei Heimspiele noch mitnehmen kann oder so, keine Ahnung. Hier, VfB-Sportdirektor aus dem Minister zur Auslosung, wir freuen uns, dass wir seit sehr langer Zeit wieder ein Heimspiel im VfB-Pokal haben und so war gegen den SC Freiburg eine interessante und spannende Aufgabe. Wir werden alles dran setzen, ein besseres Ergebnis zu erzielen als am ersten Bundesligaspieltag. Insgesamt die Auslosung gibt es schon ein paar interessanten, ein bisschen interessanten Stuff dabei, was wir uns schon sagen. Leverkusen-Frankfurt ganz interessant. Hannover-Bremen auch nicht verkehrt. Gut, die Großen mit Bayern und Dortmund dann wieder reingelackt. Bayern spielt in Kiel. Andere Seite, Ulm-Schalke. Ulm hat ja auch schon Frankfurt und sowas direkt nach dem Pokalsieg damals rausgeschmissen und jetzt in der ersten Runde auch irgendwie, glaube ich, ein Bundesligaspiel rausgeschmissen. Essen-Düsseldorf klingt auch irgendwie, hat irgendwie was. Essen hat, glaube ich, Bielefeld rausgeschmissen, wenn ich den Kopf habe. In der ersten Runde, Dortmund spielt in Braunschweig. Union, Stuttgart-Freiburg, was bestimmt auch noch zu interessanteren Losen gehört in der Pokalrunde. Dann auch sehr, sehr cool, Sportschau. Ich glaube, ich habe die anderen nicht gecheckt, aber ich habe auch nichts davon gesehen. Ich glaube, es ist die einzige Elf des Tages, wo wir ein Spiel drin haben. Aber geil, dass wir einen drin haben, nämlich González hat sie den Elf des Spieltags geschafft von der Sportschau. Also, Rookie des Monats haben wir weitere Wahl, wie auch schon letzten Monat. Ich glaube, schon letzten Monat, September, wo Silas es nicht geschafft hat. Hauptsächlich, weil er halt einfach mit Bellingham einer vom BVB drin war, der halt so viel mehr Reichweite hat und alles. Aber diesmal ist Klimovic stets zur Wahl. Ich habe den Link reingepackt, gerne voten gegen den Rizzo Doan von Bielefeld, der ausgeliehene Japaner, ich glaube sogar japanische Nationalspieler. Der auch echt gut war, der war echt gut. Und Maxence Lacroix von Wolfsburg, die haben gegen Wolfsburg gespielt, vielleicht kam ich deswegen gerade auf Wolfsburg. Der Innenverteidiger von Wolfsburg, das ist, glaube ich, eine relativ ausgeglichene Wahl. Klimovic hat jetzt irgendwie auch kein Tor gemacht oder sowas. In einem Tor war er beteiligt, sieben Schüsse, 48 gewonnene Zweikämpfe ist es, glaube ich. Hier steht es auf Englisch. Geht um den Oktober. Zumindest ist da die Chance höher, rein von der Fanbase und so, dass den Klimovic gewinnt, den Rookie des Monats. Sondern es hätte ja irgendwie was. Dann, wer alles ausgewählt wurde, hier über den französischen VfB-Kanal oder halt irgendwie einen französischen VfB-Twitter-Kanal. Mangala U21 Belgien, Sosa U21 Kroatien, Krulinov U21 Mazedonien, Kalajic, richtige Nationalmannschaft quasi, Österreich, Endo, richtige japanische, Nicolas Gonzalez auch, richtige argentinische Nationalmannschaft, auch sehr cool. Wer, glaube ich, auch nominiert war, aber jetzt halt wegen Rückenverletzung so ein bisschen auskurieren, ein bisschen behandeln, war Kobel. Der war, glaube ich, auch für die richtige Schweizer Nationalmannschaft nominiert. Aber wie gesagt, fährt nicht mit quasi, sondern behandelt oder kuriert irgendwie eine kleine Rückenverletzung aus, wie es hier steht. Dann auch sehr interessant und sehr, sehr cool. Hier ein Screenshot von einem Beitrag vom ZDF, hier von Vertikalpass. Die man auch kennt, wenn man sich so ein bisschen auf Twitter und allgemein auf dem VfB auffällt, auch mit dem STR-Podcast und so Geschichten, wo zugleich auch noch was kommt. Ist das schöne Bild. Spaltung deutschen Fußball, Fragezeichen. Beraten damit, worüber die Zukunft des deutschen Fußballs ist. Und da hat wohl der Rummenigge ein paar Einladungen rausgehabt, ballert quasi Bayern, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Union, Wolfsburg, Gladbach, Bremen, Frankfurt, Hertha, Hoffenheim, Freiburg, Köln, Leipzig, Hamburg. Und dann sind nicht eingeladen, weil sie die massive Umverteilung der TV-Gelder zugunsten kleiner Clubs wollen. Augsburg, Bielefeld, Mainz und unser VfB. Muss man dazu noch mehr sagen. Ich bin darüber sehr, sehr glücklich. Ich bin auch nicht irgendwie auf Wunder aus oder sowas. Diese Umverteilung und sowas wäre eigentlich mal an der Zeit. Ist die Frage, wie man genau man das umsetzt. Aber wird vermutlich erst lange noch brauchen gefühlt, bis da mal was kommt. Aber einfach cool, dass du halt mal, dass du da nicht den Call vom Rummenigge bekommen hast. Das hat einfach was. Das hat einfach Feeling. Das ist einfach geil. Ein bisschen die Außenseiterrolle spielen. So ein bisschen Rückgrat besitzen. Deswegen, man kann einfach gerade einfach nur mehr, eigentlich einfach nur zufrieden sein mit unserer Führung aktuell. Dann hier war auch interessant. Kickerbild. Mislil hat über Gonzalo Castro. Er war immer einer der meist unterschätzten Spielmann im VfB. Und so kann viele Dinge super. Aber er ist kein Lautsprecher, der sich super verkauft. Da hat jemand zugeschrieben, nein. Er hat über weite Strecken einfach schlecht gespielt und ist oft mit ungegangen. Böse Zungen würden behaupten, jetzt wo der Vertrag ausläuft, gibt er Gas. Ich denke, es ist eine Mischung aus Kapitäns mit einer neuen Position und Trainer. Das hat derzeit stark gespielt. Das kann ich eigentlich so unterschreiben. Weil das Castro schon immer bei uns unterschätzt war und so. Keine Ahnung. Das unterschreibe ich nicht. Also tut mir leid, der Mislil hat das unterschreibe ich nicht. Der war auch in der Abstiegssaison und generell, keine Ahnung, oder schon seit Dortmund. Das heißt, sein Wechsel zu Dortmund nicht wirklich auffällig. Immer so eine Form von Mitläufer. So, keine Ahnung. Der jedes Spiel hat eine solide, keine Ahnung, drei bis vier Runterspiel oder so halt. So von der Note her. Also nein, nein. Man muss sagen, er spielt gerade echt gut. Hat seinen Platz im Team verdient. Kapitänsamt geht auch in Ordnung. Rein wegen Alter und Erfahrung und so weiter. Zeigt auch nochmal seine zweite Luft, seinen zweiten Sommer, wie man es formulieren will. Aber die Aussage, nee, die kann ich nicht so 100% unterschreiben. Nicht 100%. Dann hier auf Reddit gesehen noch irgendwie total zufällig. Klubs mit den meisten Jugendspieler, wo Jugendspieler oder halt Produkten aus ihren Jugendakademien, so wie ich das hier verstehe, die aktuellen Top 5 Ligen der Welt spielen. Da sind wir einfach mal der Klub aus der Bundesliga mit den meisten. Stehen auf, stehen, also Platz gibt es hier nicht genau, aber wir haben 19 Spieler verteilt auf die Top 5 Ligen halt, ne? Die von uns ausgebildet wurden. Da zählen natürlich auch so Leute wie Rüdiger, Leno und so Geschichten rein, ne? Also jetzt geht nicht darum, dass die bei uns spielen. Und danach kommt, glaube ich, die Bayern kommen mit 14, Schalke 14, Dortmund 11, aber weiterhin einfach mal schön so ein bisschen vor Gesicht geführt zu bekommen. Klar, die meisten haben wir nicht gehalten, viele konnten es auch einfach nicht halten, aber Jugendarbeit, das hat bei uns eigentlich bisher immer ganz gut gepasst. Das lief schon immer ganz in Ordnung und gerade auch so ein bisschen die jungen Wilden, klar, immer gucken, wie es jetzt so weiterläuft, aber das sieht doch bisher auch alles nicht verkehrt aus. Da ganz lustig, also ich lese den Artikel nicht irgendwie vor, ich finde nur die Überschrift geil vom Kicker aktuell. Matarazzo lobt Sosa, Zitat, er lernt zu verteidigen. Das ist so geil, das ist nominär ein Linksverteidiger und der Trainer sagt, er fängt an, oder es wirkt halt so, es würde es so sagen, nach dem Motto, ja, er fängt jetzt auch an zu lernen, wie man verteidigt. Das klingt halt irgendwie komisch, aber ist ja genau das, wo Sosa ein Problem hat. Nach vorne schon, auch nach Freistößen und sowas, hat irgendwie abgelegt und er flankt dann, statt den Freistößen direkt zu flanken. Hat man auch gesehen, jetzt gegen Frankfurt, da kommen schon gute Flanken, das kennt man von Sosa. Der kann schon pro Spiel ein, zwei geile Flanken bringen. Problem ist nur bisher seine Sicherheit am Ball, seine Passsicherheit und halt defensiv, keine Ahnung. Offensiv mit Flanken und sowas, vollkommen in Ordnung. Offensiv tragen, aber defensiv, wie man dazu sagt, er lernt zu verteidigen, das muss er halt noch so ein bisschen. Dann zum Abschluss hier, FC Playfair habe ich gerade noch vorhin hinzugefügt, da geht es um den STR-Podcast. Ricky Palm spricht da in dem Podcast, den ich mir auch sehr gerne anhöre, eben über die Entwicklung Profifußball. Ich habe es mir selber noch nicht durchgelesen, lese es euch mal kurz zum Ende hier vor. Solidarität gibt es in diesem Business nicht, das führt dazu, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast auf die ganze Scheiße. Du bist ein Hardcore-Fan des Produkts, sage ich jetzt mal, wirst die ganze Zeit verarscht, von vorne bis hinten. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, Bayern München, wir machen das jetzt so, dass wir euch enteignen und ihr müsst die Hälfte abgeben. Dann kommt ihr immer mehr, das ist ja Leistung, das muss doch gerecht verteilt werden und wer vorne steht, der muss auch den größten Teil des Kuchens abbekommen. Keiner sagt, er soll jetzt so viel bekommen wie Würzburg. Alles, was ich fordere, ist, dass es ein bisschen gerechter zugeht, dass es eben nicht dieses massiven Gefälle gibt zwischen Platz 1 der Bundesliga und Platz 18 der zweiten Liga. Das ist grammatikalisch ein bisschen komisch, aber ich glaube, ihr versteht, was er meint. Das ist einfach scheiße und wenn man dann weitergeht und sieht nochmal, wie es zwischen der dritten und der zweiten abgeht und das kannst du noch bis zur vierten Liga runterspielen, dann fragst du dich halt auch, in dem Business, wo so viel Kohle drinsteckt, kann es doch echt nicht so schwer sein, dass man es halbwegs hinbekommt, dass die Gelder ein bisschen fairer verteilt werden. Und ich bin fest der Meinung, dass es für die Qualität der Liga zuträglich wäre, wenn man diese Gelder vernünftiger verteilen würde. Ja, das war auch ein schönes Schlusswort, oder? Denn damit wäre es quasi von Teil 1 von diesem Podcast. Wie gesagt, nächstes Jahr geht es noch ein bisschen, also auch nicht ins Detail oder so, aber da geht es halt eben dann um das Hoffenheim-Spiel und ein paar News, die noch dazu kamen. Heute ging es um das Frankfurt-Spiel. Wie gesagt, alles verlinkt und so weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zusehen, wie auch immer, für Interaktion. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.